So, wir machen jetzt Best-of-Reaction. Wenn ich das Gesicht schon sehe, bekomme ich einen Kotzreiz. Hartongi will sein Best-of irgendwie zu meinem Geburtstag hochladen, oder was hattest du gemeint? Ja, aber das ist das Best-of von Kentendo, wir schauen ihn einfach mal an. Ach, ficken, Alter. Jetzt muss ich ja noch laut machen, weil ich das Video nicht sehe. Lasst einen Likes da und check Kentendo aus. Oder kannst du mir das streamen oder so? Sonst höre ich alles doppelt. So. Geht das? Warte, 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 ich probiere. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob das Best-of gut ist oder nicht. Hartongi hat gesagt, es ist Hartongi-Approof. Wie gesagt, Hartongi hat die anderen Best-ofs bis jetzt aber gebracht. Bis auf eins. Wir schauen einfach mal an. Bis zum nächsten Mal. Euer Pito. Digga. Oh, er hat, wenn jetzt irgendjemand sich fragt, warum ich hier gesagt habe, euer Pito, er hat mich angeschrieben und hat gefragt, ob ich ihm ein Häuslein zuschicken kann. Da habe ich schnell einen aufgenommen. Bis zum nächsten Mal. Euer Pito. Bis zum nächsten Mal, euer Pito. Ja, Junge, was geht? Was hat denn der hier für ein, für, 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 what? Sprachen lernen. Oh, oh, komm, wir die ganze Zeit die Scheiße. Smells interesting. Ich hatte Charlie. Das kannst du nicht so machen, Bruder. Du kannst mich nicht so erschrecken. Alles. Oh Mann. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh, Digga. Bruder. Ist da Charlie noch im Chat? Ja, hier. Der Charlie hier. Sehe ich doch den Namen im Chat. Der hat, der, der hat auch eine Angewohnheit, dass der immer in die Scheiße hier reingeplatzt kommt. Und dann, wirklich, das ist der Charlie, der, der findet das auch ganz lustig. Der Charlie, der ist die ganze Zeit leiser. Und dann auf einmal aus dem Nichts. Das ist, man, ich wollte mir die Mod anschauen, jetzt kommt die ganze Zeit etwa. Ach, ist das Bestoff von, ähm, von der Minecraft-Mod, die du gemacht hattest? Das man made, ich, ach, ach, Kapu, weißt du noch mit dem, ich bin der Peter? Ja, ja. Kack mir ein. Oh, oh, oh. Sag mal mich doch selber wieder. Ich kann ja schon mal anfangen mit erklären, was Sache ist. Also. Hier die schnelle Version. Die schauen wir uns jetzt an. Ja, die schauen wir uns jetzt heute mal an. Hier die schnelle Version. Okay, nee, 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 stopp, stopp, stopp. Ich bin das Korn, dann doch. Ja, wenn einfach alles geskippt wird, ich weiß schon, das Beste. Stopp, stopp, alle. Oh, bestö, mal einfach Black Screen, mal einfach 5 Minuten Video, einfach schwarzer Bildschirm, bester, bester. Wenn es mal durch. Also, wenn wir nicht reingehen, wir haben hier auf einmal eine neue Seite. Wenn wir da drauf gehen, dann sehen wir mich hier. Also, wir haben jetzt hier einen Bock. Das ist ein ganz toller Black. Das hätte fast ein guter Cut für, wir haben jetzt hier einen Cock gewesen sein können, aber man hat ein rechtes B gehört. Auf einmal eine neue Seite. Wenn wir da drauf gehen, dann sehen wir mich hier. Also, wir haben jetzt hier einen Bock. Das ist ein ganz toller. Damit könntest du legit Gaming Room bauen. Dann könntest du... Ja, hey, was ist das für ein Bild? Oder was eine Scheiße, Alter. Junge, no joke. Das hier, das hier, hätte jetzt eigentlich einer bei den Setups einschicken müssen. Jetzt hätte einer einen Screenshot davon machen müssen, mir das einfach zuschicken müssen. Als Setup. Das ist, das ist, das ist jetzt eine Missed Opportunity. Wir werten mal Setup. Äh, ja, bestes Setup ist jetzt. Vor allem die Wände gefallen mir sehr gut. Das ist, äh, 10 von 10 auf jeden Fall. Dann könntest du hier den Shit, äh, Streaming Setup bauen hier. Ja, es kommt halt, es kommt halt, ich bin der. Was gibt's denn noch? Mein Logo, was ich essen kann, was mir aber absolut nichts gibt. So, eine, eine, wenn du, wenn du auf Google nach Wassertropfen PNG suchst, ist auch das Erste, was kommt. Ich weiß nicht, manchmal, du findest auf Google Bilder solche random Bilder. Ich frage mich manchmal, wo die ganze Scheiße herkommt. Das kommt von irgendwelchen solchen 50-jährigen Typen auf Facebook, die irgendwie die Kacke in ihrer Freizeite stellen. Meine Musik ist, warte mal, spielt die das komplett ab? Oder gibt's da irgendwie so eine Maximum an Länge, was man da abspinnen lassen kann? Und den größten fucking Swag. Wenn wir wollen, haben wir mit deiner Bitch Sex. Du meinst gerade so und auf einmal hörst du das, wie das hinter so'n Stein kommt. So, im Nebengang irgendwie. Okay, wir haben genug gehört. Äh, Peter. Wir haben jetzt den Peter-Spawn-Egg. Wer zum... Warum hab ich den Peter so scheiß ausgeschlagen? Okay, wir haben genug gehört. Äh, Peter. Wir haben jetzt den Peter-Spawn-Egg. Wer zum Fick ist Peter? Ich bin Peter. Das ist eine dämliche Scheiße. Äh, warum kommt jetzt hier mal ein Schaden? Aber, ach, Dicka. Ich hab die Scheiße benutzt, um mein Autotune auszuchecken, Dicka. Und jetzt ist es in einer verfickten Minecraft-Mod. Dicka. Kannst du dir nicht ausdenken. Wir haben jetzt den Peter-Spawn-Egg. Wer zum Fick ist Peter? Ich bin Peter. Ich bin eine Spinne. Ich bin... Ja, fliegt da rein. Ich bin eine Spinne. Dicka, warum hört man das so doppelt? Das Typ ist Trippy. Okay, okay, der war strong, der war strong. Der war strong, oder? Ich bin eine Spinne. Bist du ready? Ich bin eine Spinne. Ich bin eine Spinne. Oh, oh. Ey, ey, wir haben die auch davon... Ja, was? Toll drauf. Wir testen gerade die Minecraft-Mod. Ich bin der Peter. Und du bist auch mit dabei. Und wir haben auch noch... Ich bin der Peter. Mein Gott, ist das eine dämliche Scheiße. Was ist überhaupt das? Fick dich. Ich bin der Peter. Fick dich selbst. Ich bin der Peter. Dicka, ist so eine scheiß Schiebertronke. Ich bin der Peter. Bruder, warum ist das so tief? Dicka, ist das nicht. Ich kann das alles nicht. Ich will nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Ich halte das alles nicht mehr aus. Mann, halt's Maul. Mann, da kommt auch der Copyright-Claim rein. Mann, wieder, er macht halbe Höhne-Musik-Video. Ich bin der Peter. Ich kann das alles nicht. Wer? Nein. Dicka. Dicka, was ist denn der dämliche Scheiße? Warum? Was ist das heute mit dem Scheiße? Das ist so geil. Dicka, das ist dick. Nein, das ist dick. Das ist dick. Dicka. Das ist einfach nicht, Läger. Ist das geil, Läger? Ich bin der Peter. Ich bin der Peter. Ich bin der Peter. Ich bin der... Halt's Maul. Peter, bitte, geh. Peter, bitte, geh. Peter. Mutter, warte. Peter, was sagt Peter? Es gibt jetzt fucking Pythos Ombreero. Das ist ne Beleidigung. Peter Tank. Dicka. Mann. Ja, Profs hat in Game Town das fest, ob es wirklich gut ist. Peter, was ist denn? Warum ist das wirklich? Peter. Peter, was sagt Peter? Es gibt jetzt fucking Pythos Ombre... Dicka, er hat legit einen halben Tag an der Scheiße geschitten, selbst. Oder noch länger. Der Ombreero. Das ist ne Beleidigung dem Ombreero gegenüber. Der Ombreero macht keine Sounds. Will ich da jetzt reingehen? Dicka. Oh Gott, was ist das? Oh Gott. Ihr seht ja die Facecam gar nicht. Sorry, Leute. Leute. Dicka. Junge, was? Du fick, Alter. Was seh ich hier? Was seh ich hier? Junge, nein. Irgendwie, die Timeline, die Timeline läuft irgendwie falsch. Irgendwas ist hier, irgendwas läuft nicht mehr ganz richtig. Bruder, du. Was ist das? Was zum Fick seh ich gerade vor mir? Was für eine Monstrosität, Junge. Macht mal bitte einen Screenshot davon und schickt mir den. Ahaha. Ohaah. 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 Achso. Dicka. Weißt du, das ist ganz schön zu. Moment, das ist ganz schön zu. Moment, das ist ganz schön zu. Moment, das ist ganz schön zu. Nein, nicht lange. Okay. Vielleicht zwei Wochen. Dicka, wie hast denn du 2K bekommen? Dicka. Wenn ich deine Fresse sehen würde, würde ich ja doppelt deabonnieren. Ey. Aber kein Tendo. Kein Tendo. Ey, wirklich. Vielen Dank für das Beste auf mein Beste. Das war legit strong. Das war legit wirklich strong. Ja. Vielen Dank für's Zuschauen.